Extrablatt! Extrablatt! Mit der wunderbaren Schlagzeile Schrittzähler für Hartz-IV-Empfänger. Zynisch oder motivierend? Unglaublich. Und wenn wir uns jetzt noch über das Headset noch dümmere Schlagzeilen reinrufen, wer kann dann mehr Zeitung bekommen? Rettet die Tiere, Bundestag verbietet Pudelmützen. Rettet die Tiere, Pudelmütze in den Bundestag gefunden. Ah ja, gut. Okay. Nein, Bundestag verbietet Pudelmützen. Halte Schlagzeile der WZ. Rettet die Tiere, Bundestag verbietet Pudelmützen. Ehemann erfährt nach 19 Jahren. Seine Frau war ein Mann. WZ für euch? Ehemann erfährt nach 19 Jahren. Seine Frau war ein Mann. Ein Mann! Wahnsinn! Die meisten Menschen duschen nackt. Wahnsinn, Wahnsinn! Die meisten Menschen duschen nackt. Heute Schlagzeile der WZ. Kostet 70 Cent. Ey, 70 Cent! WZ für Sie? WZ für Sie? Super Schlagzeile. Wahnsinn! Die meisten Menschen duschen nackt. Wow, ich auch. Nein! iPhone-App soll gegen Akne helfen. Schlagzeile iPhone-App soll gegen Akne helfen? Haha, nee. Nee? iPhone-App soll gegen Akne helfen. Sonneangebot heute nur 50 Cent. Nein. Unfassbar, indisches Kind hat drei Penisse. Heute die Schlagzeile indisches Kind hat drei Penisse. 50 anstatt 70 Cent. Drei. 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 Müssen Sie nachlesen. 50 anstatt 70 Cent. Danke. Achterbahnfahrer liefern sich Duell über drei Kontinente. Heute große Schlagzeile. Achterbahnfahrer liefern sich Rennen über drei Kontinente. Wahnsinn! 50 Cent, die Zeitung. Unglaublich! BVB fusioniert mit Bayern München. Jetzt sind alle verkloppt. BVB fusioniert mit Bayern München. Jetzt sind alle verkloppt. Verstehen Sie? Ja. Große Schlagzeile. 50 Cent. 160 Häftlinge warten auf den Tag der offenen Tür. 160 Häftlinge warten auf den Tag der offenen Tür. 160 Häftlinge. Wollen Sie eine Zeitung kaufen? 50 Cent? Keine? 160 Häftlinge warten auf den Tag der offenen Tür. Zeitung für 50 Cent? Keine? Irrer Berliner zieht nach Schwaben. Wie kann man nur? Fragezeichen. Große Schlagzeile. Irrer Berliner zieht nach Schwaben. Das gibt's doch nicht, oder? 50 Cent, die Zeitung. Das gibt's doch nicht. Meine Schlagzeile verkauft sich. Ich sollte bei der Rezept arbeiten. Es gibt was. Ein Berliner zieht nach Schwaben. Das ist doch der Wahnsinn. Wahnsinn. Wollen Sie eine Zeitung kaufen? Nö. Nö. Scheintote weint in der Leichenhalle. Ich bin nicht tot, mir ist nur kalt. Jetzt, die ganze Story. Es ist unfassbar. 50 Cent. Aber haben Sie es schon gelesen? Scheintote in der Leichenhalle. Weint. Ich bin nicht tot, mir ist nur sehr kalt. Wahnsinn, oder? Was hier in Berlin passiert. Ich kann aus Scheiße Gold machen und alles verkaufen. Mit meinen Schlagzeilen, wohlgemerkt. Mit meinen Schlagzeilen. Ja. Ja.